Willkommen zu dieser kurzen Einführung in das Forschungsprojekt Nationale Prozessbibliothek. Ich möchte Ihnen in den folgenden Minuten die Funktionalität und die Struktur der Nationalen Prozessbibliothek am Objekt demonstrieren. In der Bundesrepublik hat der Aufbau von E-Government, Lösungen und Strukturen in den letzten fünf Jahren einen deutlichen Schub erfahren. Diverse Projekte und Initiativen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, zum Beispiel die DOL-Vorhaben, EU-DLR, D115, Geodaten, aber auch Prozessregister auf Landes- und Kommunalebene sind hier nur die wohl prominentesten Beispiele. Obwohl im Rahmen dieser und anderer Projekte auf allen Verwaltungsebenen relevante Geschäftsprozesse aufgenommen und dokumentiert worden sind, ist es derzeit ausgesprochen schwierig, einen umfassenden Überblick über diese Prozesse und deren IT-Unterlegung zu erhalten. Diese Lücke soll das Forschungsprojekt Nationale Prozessbibliothek schließen. Mit der NPB wird eine Konzeption für eine Prozessbibliothek unterstützt, die ein Repository aller deutschen Verwaltungsprozesse darstellt. Vor diesem Hintergrund besteht die NPB aus zwei Modulen. Zum einen aus dem Prozessmodul mit dem Prozessregister und zum anderen aus dem Community-Modul. Grundsätzlich werden für die Umsetzung dieser Module in diesem Projekt Open-Source-Komponenten eingesetzt. Im Community-Modul werden etablierte Community-Funktionen wie Foren, Wikis oder Tutorien eingebunden, wodurch es zu einem Austausch von Erfahrungen kommen soll, zu einem Wissenstransfer, aber auch zu einer Wissensspeicherung, sowie zu einer Wissenserweiterung zwischen Erfahrenen und Nachwuchsmitarbeitern innerhalb einer Ebene, ebenenübergreifend, aber auch zwischen Politik und Verwaltung, sowie zwischen Fachbereich und IT. Beginnen wir nun mit dem Einstieg in das Portal nach erfolgter Anmeldung. Um die wesentlichen Funktionalitäten aufzeigen zu können, werde ich sie am Beispiel einfacher Such- und Navigationsaktionen über den Prototypen führen. Zunächst ist es meine Absicht, ein Schlagwort in die stets zur Verfügung stehende Suchleiste einzugeben und alle mit diesem Begriff zusammenhängenden und auf dem Portal hinterlegten Prozesse zu finden. Mir erscheint der Prozess Auto-Zulassung Berlin-Rote-Plakette als geeignet. Ich klicke auf den Titel, um zu seiner genauen Beschreibung zu gelangen. Im Hauptfokus steht die Beschreibung des Prozesses durch Metainformationen, die grundsätzlich auch bearbeitbar sind. Am Ende der Seite findet sich ein visualisiertes Prozessmodell, das sich auch separat ansehen lässt. Ganz oben auf der rechten Seite haben wir verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Wir können das Prozessmodell als XML herunterladen. Die Quelldatei ist downloadbar. Wir können die Bilddatei herunterladen und wir können das Prozessmodell als E-Mail versenden. Es öffnet sich also der E-Mail-Client. Darüber hinaus kann ich Kontakt zum Verantwortlichen aufnehmen, sofern dieser hinterlegt ist. Und ich kann mir das Prozessmodell zum Download vormerken im Sinne eines Warenkorbansatzes. Weiteres habe ich die Möglichkeit, eine Druckansicht zu öffnen und einen PDF-Download zu starten. In unserem Fall werde ich zur erleichterten Auffindbarkeit im Nachhinein dieses Prozessmodell als Favorit markieren. Möchte ich im Anschluss weitere Prozesse betrachten, kann ich beispielsweise zum Prozessregister springen. Hier sind nun alle heraufgeladenen Prozesse hinterlegt. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und die Auffindbarkeit abseits der Suchfunktionen zu erleichtern, besteht die Möglichkeit hier rechts im Bild die Modelle zu filtern und die entsprechende Auswahl anzeigen zu lassen. Ich möchte das exemplarisch am Beispiel der Ebene der Verwaltungsorganisation durchführen und möchte mir nun alle Prozesse herausfiltern lassen, die die Ebene der Bundesverwaltungen betreffen. Gleich an erster Stelle der angezeigten gefilterten Prozesse steht Begründetheit prüfen. Die Begründetheit eines Antrags wird geprüft. Sehen wir uns diesen Prozess einmal etwas genauer an. Wir sehen hier im Hauptfokus wieder die Metainformationen über den Prozess, beginnend mit dem Leica-Schlüssel und wir sehen am Ende auch wieder das visualisierte Prozessmodell. Bei diesem Prozess gibt es die Besonderheit, dass ich ihn selbst heraufgeladen habe. Deswegen besteht für mich auch die Möglichkeit, wenn wir hier auf die rechte Bildhälfte blicken, den Prozess zu bearbeiten. Um einen Prozess, den wir selbst online gestellt haben, zu bearbeiten, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, Informationen zu ergänzen, Informationen zu streichen und Beschreibungen einzustellen. Wir können allerdings auch Quelldateien heraufladen, Bilddateien heraufladen und alternativ auch eine X-Prozess-Datei hochladen. Wenn mir am Schluss die Beschreibung des Prozesses gefällt und wenn ich der Meinung bin, dass die Beschreibung ausreichend ist, bestätige ich meine Eingaben mit Speichern und gelange zurück zum Prozessmodell. Sehen wir uns nun den Bereich der Community an. In diesem Bereich der Nationalen Prozessbibliothek wird nun die fachliche Dimension durch eine soziale Dimension erweitert, was den registrierten Nutzern die Möglichkeit eröffnet, miteinander in Kontakt zu treten und die einzelnen Inhalte der Nationalen Prozessbibliothek auszutauschen. Wir sehen, die Community unterstützt durch Foren, Wikis, Kalender, Tutorien, Chats und Vergleiche. Eine der Möglichkeiten in diesem Bereich ist also die Einbindung und Bearbeitung eines Wikis. Mit klassischen und bekannten Funktionalitäten gelingt es auch hier, Wissen zu teilen und zu mehren. Als Beispiel möchte ich nun in das Suchfeld das Schlagwort Prozess eingeben und danach suchen. Es gibt nun eine Auswahl, die ich anklicken kann und deren Wiki-Eintrag ich mir nun ansehen kann. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, in bekannter Manier eine Wiki-Seite zu bearbeiten, woraufhin ich im Format zwischen kreolisch und HTML wählen kann, was der klassischen Bearbeitbarkeit einer Wiki-Seite entspricht. Springen wir nun von der Community, in der sich im Idealfall viele Teilnehmer über deren Profile untereinander austauschen, zum eigenen Profil. Wir sehen unter dem Punkt Eigenes Profil, eigene Kontakte, ein Postfach, eigene Prozessmodelle, die ich online gestellt habe, eigene Prozessmodelle, die ich online gestellt habe, aber noch nicht veröffentlicht habe, Favoriten, meine besuchten Modelle, meine Downloads und meine Uploads. Sieht man sich das eigene Profil an, so sieht man verschiedene Möglichkeiten, Informationen über sich preiszugeben, Informationen über sich zu teilen und man sieht die Möglichkeit, auch nur diese Informationen über sich selbst zu teilen, von denen man möchte, dass sie an die Öffentlichkeit beziehungsweise an die Teilöffentlichkeit der Nationalen Prozessbibliothek gelangen. Um überprüfen zu können, wie das eigene Profil in der Außenwirkung erscheint, kann ich durch die Anwahl des Buttons Besucheransicht zu einer entsprechenden Ansicht gelangen. So weit, so gut für den Augenblick, haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten ein wenig neugierig gemacht werden. Das Projektteam der Nationalen Prozessbibliothek freut sich über gute Gespräche und zahlreiche weiterführende Fragen. Online erreichen Sie uns auch über die Seite www.prozessbibliothek.de Weiterhin einen angenehmen Aufenthalt auf der CEBIT.